ja 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 hallo willkommen zurück letzte folge gab es am ende einen sehr sehr interessanten kam mit einem sehr interessanten und kompetenten diesmal gegner in der fall das mensch wird dabei nicht kaputt gehen und ey ey ist noch so ein grüner oder was ich bin jetzt in der burg sieht aus als hättest du dich hier unten um alles gekümmert wo bist du gerade in einem hangar okay dann bin ich gleich bei dir richtig boah ey hoch und leistens weg äh boah äh ja also entweder liegt jetzt also entweder hatte ich gerade glück oder ich habe sofort an erfahrung gewonnen als ich den miniboss vorhin bekämpft habe boah feichern 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 so leise cooles spiel auf jeden fall ja gefällt mir sehr wäre aber schön wenn nach wie vor irgendwo die schwertkampftechniken irgendwo erklärt werden ja gut naja gut ähm ah dahin geht es weiter ah nein da da kann man sich auch laden sehr gut doch da geht es weiter oder klar keine ahnung äh äh manchmal mache ich ja auch so energie und amoni ist aufgefüllt sehr gut aber mal war es das hier etwas schon gibt es hier nichts weiteres nur drei gegner ein raketentyp und zwei machte irgendwie ich habe das gefühl das sollte eigentlich schwieriger sein aber na gut ich meine wenn wir es schon geschafft haben und das sind für eine gebeugte türe äh warum keine ahnung na dann los weg weiter aha nein das ist wohl ein machtanwender jawoll ich habe mich schon gewundert warum da schon wieder zwei solche dinger stehen aber hier gibt es echt verdammt viele machtanwender ja das ist ja ein halber schifforden hier unten äh hier drüben hier oben hier auf dem planet hier ist es schon boah äh ich habe glaube ich nichts verloren ja und hier nehme ich noch mehr und hier ist gut äh ich mache wieder speichern vielleicht schon speichern äh da hoch naja gibt es da noch was oh ok ich höre dich siff adept aber ich sehe dich nicht glaube ich doch da hinten ich höre dich hallo hallo was was boah wie viel boah heilige blöp wo ist er hin boah boah alter loll was hat er da gerade gemacht alter was zum teufel im adept wer zum teufel nicht ist er hammer die die dicks bin boah alter okay nicht überreagieren schön diesen raketen und ohne ganze knack okay nicht übel stellt euch vor es gibt es ein spiel nur halt der clone was er und warum warum fliegt warum fliegt warum fliegt warum fliegt das okay das kann ich zwar schubsen aber nicht anziehen alles klar zum ein hoch auf das leben auf die regeneration weil sie das weiter davon gewusst wäre unaufhaltbar gewesen okay neue gegner auf jeden fall okay aha mhm da nein oh 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 es gibt es sogar diese okay ok na wie heißen die noch mal nein nicht das ding diese hier nicht folterthronen aber diese befragungsthronen läuft alles klar deswegen war auch diese knall dort schweig 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 ein hoch auf die Technik sowas kommt jetzt hoch so ein Trainingsruider ok 2 oh so ein Trainingruider ok so ein Trainingruider ok lass mich raten die sind auf den Schwierigkeitslevel von Darth Vader eingestellt alter Hilfe ... tts kom bom 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 lol ich sag gerade mal nicht schon gespungen als ob hilfe was alter Nein, lass mich in Ruhe. Warum war der Erste so einfach? Da bin ich nur aus der Übung. Zwei mit einem Schlag. Boah, war es das jetzt? Okay, ich habe scheinbar Vaders Trainingsraum gefunden. Ui. Der hatte ein nicht schlechtes Training. Das passt doch, ich habe keine Ahnung. Boah. Respekt. Speichern. Ich würde noch sagen, ich fange mir vielleicht... Ach, es gab Pausenräume. Ich fange vielleicht damit an, die Folgen kürzer zu machen, aber dafür mehr Inhalt rein zu bringen, indem ich einfach alles schneller mache. Ich würde sagen, das war auch ein guter Abschluss für diese Folge. Und 12 Minuten mussten reichen, weil ich glaube, wenn ihr jeden Tag von jedem YouTuber, den ihr schaut, 20 Folgen schaut... Äh... 20 Folgen, also ob 20 Minuten schaut... Ich würde das ganz schön langatmig. Deshalb versuche ich mal so die Folgenlänge wieder auf 15 Minuten zu halten, wenn nicht sogar 10. Mal schauen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Und möge die Macht mit euch sein. Boah, Alter. Boah, Alter. Sobald Youtube. Beide mich in euch. feels Hoje